Das Frühjahr steht vor der Tür und einige Vogelgesänge sind schon wieder regelmäßig zu hören. Damit wird es allerhöchste Zeit, sein Vogelstimmenkenntnis auf den neuesten Stand zu bringen, um im Frühjahr richtig durchstarten zu können. In diesem Video möchte ich dir 5 heimische Vögel und ihre Vogelstimmen vorstellen, dass du sie in Zukunft sicher bestimmen kannst. Bleib bis zum Ende dran, denn dann kannst du entscheiden, welche Arten im nächsten Video vorgestellt werden sollen. Doch bevor wir mit den 5 Arten anfangen, möchte ich dir noch eine Handvoll Tipps an die Hand geben, wie du Vogelstimmen besser lernen kannst. Denn immerhin ist das eins der großen Themen, an denen viele beginnende Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter anfangs große Schwierigkeiten haben. Denn gerade jetzt in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen ist einfach alles am Singen und man verliert schnell den Überblick. Deshalb dranbleiben, eine Vogelstimme nach der anderen lernen und sich so von den häufigen, zum Beispiel von den Meisen, Rotkehlchen, Amsel, zu den etwas schwierigeren und nicht ganz so häufigen Vogeln voranarbeiten und so langsam seinen Wissensschatz erweitern. Man merkt, dass wenn man mal so ein kleines Bündel von, sag ich mal, 10, 20 Vogelstimmen, die häufigsten 10, 20 Vogelstimmen mal beherrscht, dass dann 90% der Vogelgesänge draußen auch bestimmt werden können. Ganz wichtig ist aber auch, dass man sich gerade zu Beginn nicht überfordert und nicht sich vornimmt, innerhalb von einer Woche die ganzen Vogelstimmen Deutschlands auswendig zu lernen. So funktioniert das einfach nicht. Man muss da nach und nach langsam drangehen und einfach sowohl drinnen, zum Beispiel indem man sich Vogelstimmen anhört und sich mit diesen beschäftigt, als auch draußen im Feld, indem man geduldig ist, genau hinhört, mit dem Fernglas schaut und so dann einfach nach und nach seinen Wissensstand erweitert. Ich empfehle da gerade von häufigen Vögeln anzufangen und dann Richtung selten loszugehen oder von den einfachen Arten, die relativ einfach zu bestimmen sind, akustisch zu den schwierigen Arten. Wichtig ist allerdings auch, sich nicht nur drinnen damit zu beschäftigen, sondern auch draußen genau hinzuhören und so lange zur Not auch vor einem Bus stehen mit dem Fernglas, bis der Vogel mit dem Gesang, den man nicht bestimmen kann, sich einfach mal zeigt, sodass man dann daraus lernen kann. Das sind wirklich dann einprägende Momente, die man nicht so leicht vergisst und so die Vogelstimme dann mit einer harten Lektion letztendlich einfach erlernt hat. Und zu guter Letzt natürlich, wenn man wirklich den Vogel nicht bestimmen kann, das kommt auch bei mir immer mal wieder vor, dann mache ich zum Beispiel mit dem Smartphone oder mit einem externen Audiogerät eine kleine Aufnahme davon und schicke sie Freunden oder ihr könnt sie gerne auch mir schicken, per Instagram, per Mail, wie auch immer und dann schaue ich, dass ich sie für euch hoffentlich bestimmt bekomme. Heute möchte ich dir die Mönchsgrasmücke, den Zilbzalb, die Haubenmeise, weil ich sie im Meisenvideo letztens leider vergessen habe, das Rotkehlchen und die Heckenbraunelle vorstellen. Starten wir mit der Mönchsgrasmücke. Die Kurzstreckenzieher sind Anfang März wieder in Deutschland zurück, wo sie in Wäldern, Parks und Gärten brüten. Ihr Gesang ist angenehm und sehr wohlklingend. Die melodische Strophe startet mit einem schwatzenden Vorgesang, der dann im Mittelteil und Ende melodisch klar und flötend erklingt. Insgesamt ist der zweite Teil des Gesangs sehr laut und dominant. Der Vorgesang kann teilweise auch wegfallen, gerade an heißeren Tagen hört man meistens nur den Mittel- und Endteil. Hören wir uns jetzt aber mal die Mönchsgrasmücke an. Unsere zweite Vogelart für heute ist der Zilbzalb. Der kleine Laubsänger mit dunklen Beinen singt eine sehr einprägsame Strophe, die ihm auch seinen Namen eingebracht hat. Der Gesang ist eine rhythmische, zweisilbige Aneinanderreihung seines Namens, also Zilbzalb, Zilbzalb, Zilbzalb und so weiter. Der auffällig monoton singende Zilbzalb gehört wie die Mönchsgrasmücke zu den Kurzstreckenziehern und ist ab März wieder in großen Zahlen in Deutschland zu hören. Zilbzalbs können in seltenen Fällen auch mal Zilbzilbzalb, Zilbzilbzalb, also eher dreisilbig singen. Daran sollte man ihn aber trotzdem sehr gut erkennen können. Wer den deutschen Namen Zilbzalb im Gesang des Zilbzalbs nicht so wirklich hört, dann kann ich das verstehen. Der kann aber als Eselsbrücke dann auch den englischen Namen sich merken. Dort wird er nämlich Chiffchaff genannt. Kommen wir zur Haubenmeise. Den hübschen Vogel habe ich im Video über Meisengesang einfach vergessen, deshalb gibt es heute eine ausführliche Erklärung zum Haubenmeisengesang in diesem Video. Haubenmeisen sind ganzjährig bei uns, wobei man sie vor allem in Nadelwäldern und kleinen Nadelholzansammlungen in Parks antrifft. Ihr Gesang besteht aus ein bis drei hohen feinen Rufen, die dann mit einem oder manchmal auch mehreren brodelnden Trillern abgeschlossen werden. Oftmals werden mehrere Strophen mit sehr kurzen Pausen hintereinander aneinandergereiht und vorgetragen, sodass Haubenmeisen für mich immer einen sehr gestressten oder in Eile wirkenden Eindruck erwecken. Machen wir weiter mit dem Rotkirchen, welches jetzt im Februar auch schon bei uns wieder zu hören ist. Rotkirchen sind ganzjährig bei uns und verteidigen auch im Winter ein Revier, sodass sie immer wieder auch im Winter singen. Spätestens in den ersten warmen Frühlingstagen hört man dann aber wieder regelmäßig den klaren perlenden Gesang des Lieblingsvogels vieler Menschen. Der Gesang des Rotkirchens beginnt mit hohen feinen Tönen, der dann zittrig abfällt und beschleunigt. Mich erinnert der Gesang des Rotkirchens an einen herabplätschenden Bach. Aber hört einfach mal selbst. Als fünften Vogel möchte ich euch noch die Heckenbraunelle vorstellen. Heckenbraunellen überwintern zwar auch in Deutschland, der überwiegende Teil zieht aber in den Mittelmeerraum. Etwa ab der zweiten Märzhälfte kommen sie wieder vermehrt bei uns an, sodass dann auch ihr feiner, hoher Gesang wieder zu hören ist. Ihr Gesang ist etwa zwei Sekunden lang und gleichbleibend hoch. Er besteht aus hohen, piepsigen bis zwitschernden Tönen. Die unauffälligen Vögel singen gerne ihre Strophen von erhöhten Gesangswarten aus vor. Oftmals sitzen sie dabei auf Baumspitzen oder exponierten Ästen, sodass man den singenden Vogel, der ja an sich optisch recht unauffällig ist, dann auch ganz gut entdecken und beobachten kann. Damit kannst du nun hoffentlich diese fünf Vögel zukünftig auch am Gesang bestimmen, wenn sie in den nächsten Wochen zurückkommen bzw. mit dem Singen beginnen. Vogelstimmen erkennen zu können, ist zur Brutzeit im Frühling schon die halbe Miete der Vogelbeobachtung. Deshalb lohnt es sich hier besonders dran zu bleiben und nach und nach neue Vogelarten und ihren Gesang kennenzulernen. Du kannst nun entscheiden, welche fünf Vogelarten im nächsten Video vorgestellt werden sollen. Alles, was du dafür tun musst, ist mir einen Kommentar mit Vögeln zu hinterlassen, die du dir in der nächsten Folge wünschst. Diese Serie wird jetzt regelmäßig hochgeladen, sodass du über den Frühling hinweg in kleinen Happen nach und nach die heimlichen Vogelarten und Vogelstimmen erlernen kannst. Wenn du noch mehr Vogelstimmen lernen möchtest, schau dir doch jetzt am besten dieses Video hier an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, hinterlass mir gerne ein Abo. Tschüss und bis zum nächsten Mal.